1, 1, 7, 1, 1, 8. Wir erreichen das Ufer in 10 Knoten. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Daisy mit dem R-Mod. Und ich weiß gar nicht, warum ich das schon wieder sage. Wuhu! Gut eingeparkt. Und ich fahre am besten, ich laufe am besten gleich mal weiter. Ich habe mich doch für einen Stopp in Elektro entschieden anstatt in Cerno, einfach weil es näher ist. Jetzt flüchten wir mal vor den lokalen Zombies hier. Können wir den Schutz suchen. Ein Fahrrad, ein Fahrrad. Und, und, und. Ah, schade. Im Arsch. Sonst hätte ich jetzt gesagt, ab aufs Airfield. Äh, nix. Ein rotes Haus. Yay! Hüpp, hüpp. So, was haben wir denn hier? Ein Makarov Magazin. Äh, nein. Und noch ein Makarov Magazin. Und noch mehr Müll. Feuerbacher ist da. Schule ist da. Und Schüsse sind da. Scheiße. Ah, Mann. Bleib da, ihr Gebäude. Jetzt träume ich nicht mehr bewegen hier. Da ist er. Ich weiß, woher ich... Er schreit, friendly, friendly. Aber ich wette, er wird gleich sterben. Und wenn ich's erledigen muss. Oh, mein Gott. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, mein Gott. Friendly, friendly, don't shoot, don't shoot, don't shoot. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Komm, mach mal, ne Dreiergruppe. Nicht schlecht, ey. Also hier ist einmal... Ein Auto. Drunk Squad, check Daniels. Und... Ich weiß, hier ist heute wieder. I don't know where it went. It was right over here. Ovo, try to look somewhere else. What's your name? I'm Toodoo, hello. Toodoo, hello. It's nice to meet you. Mein Name... Woah, there is another guy. Ohh. Who is that? Yeah, it's me. I'm the new one. Oh, now we have... Fuck. Oh woah, what's up. Hi. Follow us, I guess. Holy shit. Okay, I will follow you I saw a check Yeah, I was at Northwest Airfield when I got attacked by an AS-50 and I was trying to snipe them with my AS-50 and I died No chance against AS-50 On the left side is a bicycle Yeah, there is a car that should be over here Let's see if he has a right Alright, I'm going to go to this fire station and stop for a sec, you guys can come in and take stuff Okay Take whatever you need out of here, I'm just going to plug my headset in because it's low on battery What do you say? Come AKM, guys Please Nothing Nothing You're welcome to take whatever you need Ah, I'm pissed I found nothing useful Okay, there's flies out here which means there's a dead person Oh, hey, there's a bicycle here I said man Oh, I know where there might be some stuff over here, follow me What, what is that garbage here? And the other seems to not talk to me Sometimes stuff spawns in this Oh, I need some cans, okay Alright, let's go to this barn and see if we can find something useful We might be able to find more Winchester ammo And we might be able to find a really crappy sniper knife But yeah, I have like six helicopters But they're all hidden in the ocean on an aircraft carrier You mean the big ship? I can't get to the helicopters Yeah, there's an aircraft carrier, big ship, yeah Ah, I see I hit like six helicopters on one of those But the problem is, I can't get to my helicopters without another helicopter Because they're in the water and the boats don't go up on top of the boat where I need to be So the only way to get to my helicopters is by flying there with a different one And mine exploded, so I have no way to get to the rest of them Ah, okay, nice to know So, I'm trying to find another helicopter so that I can fly back to my big pile of them Ja, is good Ähm, the only way to get to these huge military ships is the Hubschrauber Und der hat da wohl, sagt er zumindest auf einem dieser Schiffe Keine Ahnung, ich hab nicht wirklich zugehört Auf jeden Fall viele Hubschrauber Der Check Daniel Das wäre doch hammergeil wenn wir jetzt an den Hubschrauber kommen würden Ich hefte mich mal noch ein bisschen an seine Fersen Okay, spread out guys, see what you can find in here Yes I found a Lee Enfield without ammo Okay Da kackt mir die Stimme wieder ab Da ist eine Hatschette über dir, wenn du es brauchst Ähm, hier ist eine Müll Und noch eine Hatschette Also nur Müll Los Who shoot The guy that has to me just got shot hit Was they you I think someone's outside of our barn I kill him What the fuck Alter so ein kleiner Bastard Warte mal wir hatten uns jetzt gekillt Der Jack Daniels So gib mir ihm noch eine hinten rein Komm antworte was du kleine Hure So ein Bastard Jetzt habe ich gedacht jemand hat meinen tollen Freund Jack Daniels umgebracht Und ich wollte Rache nehmen und ihn retten Aber nein Jack Daniels hat uns umgebracht Na gut Ähm was ist mit meiner Maus los Keine Ahnung Dann ist jetzt mal Na gut Komm einmal versuchen wir es noch Ja 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 bis gleich Leute Da bin ich wieder Und was haben wir gelernt Vertraue niemals jemandem der denkt er sei eine Alkoholflasche Scheiße wo bin ich jetzt Komm hinterlassen wir noch eine schöne Nachricht hier Check Daniels Like to eat dicks So Da kann er sich dann freuen der Wichser Ich markiere mir hier mal Cerno Habe ich das jetzt Ja Oh mein Gott 5 Kilometer Mit 18 Frames Wieso steht hier jetzt kein Fahrrad rum Was war denn das jetzt War das geplant oder Aus dem nichts Greift er uns an Der Wichser So ein Miststück Ja vertraue niemals jemandem Den du nicht aus dem Real Life kennst Das ist der Wahnsinn hier Du blöder Wichser Aber gut das ist Daisy Wurde zu aufregen Es ist nur ein Spiel Und ich bin ja selber schuld Wenn ich hier jemandem vertraue Den ich nicht kenne Ich überlege jetzt aber gerade Ob es überhaupt noch Sinn macht Hier auf dem Server zu bleiben Ich könnte ja mal Nach meinem Lieblingsserver nochmal gucken Ob es nicht eventuell dort Schon wieder weiter geht Und ich glaube Das werde ich auch tun Habe ich ein Fernglas Nein Aber nacht sich gerät Ganz toll Goldener Revolver Da hinten Da sind Zelte auf der Straße Aber nirgends ein Fahrzeug oder so Jack Daniels Ich schieße auf deine Mutter Bäm Die kommen glaube ich gar nicht an die Schüsse oder? Doch da hat das gedampft Vorbei Na dann Schauen wir mal Ob ich nächste Folge es schaffe Auf meinen anderen Server Auf meinen Lieblingsserver zu kommen Wir schingen So Leute ich habe meinen Server wieder gefunden Und Hier wird man gleich von dem Hubschrauber begrüßt Und ich bin eigentlich auf dem Weg zum Airfield Noch einer? Was? Hä? Ne Okay Ja ich bin froh Endlich meinen Server wieder gefunden zu haben Und es ist auch Tollerweise Tag Tollerweise Können wir das sagen Und ich wollte hier wieder aufs Airfield Glaube ich Jedenfalls gehe ich da jetzt wieder hin Wird es natürlich super toll Wenn ich hier unterwegs irgendwie ein Fahrrad finden könnte Aber ich sehe keins Zombies Kühe Ziegen Kein Fahrrad Egal Ich will euch diesen langen Mühseligen Weg hier mal ersparen Dann Sehen wir uns gleich wieder Wenn was Spannendes passiert Und ich gehe jetzt Ich bin jetzt